Der Wettbewerb ist ein Problem, der uns aufwärtet. Alle Herausforderungen ist das, was uns aufwärtet. Das Wort Hero ist übergebracht, aber er ist ein Hero, er ist eine Inspiration. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Für Bruno nicht, für Alex nicht und auch für mich. Jetzt geht es nur noch in eine Richtung und das ist Spa. Es gibt immer was zu machen, es gibt immer mehr zu suchen, es gibt immer mehr zu erreichen. Ich glaube wir sehen uns nicht als Pioniere oder was auch immer. Wir sind in einem Traum. Als ich im Auto sitze, gibt es viele Dinge, die perfekt sind. Er macht alles mit seinen Händen und mit seinen Armen. Das ist ein großer, großer Erfolg. Wir haben ein Ziel, das Rennen zu beenden und eben konkurrenzfähig zu sein. Es sieht verrückt, ich verstehe. Aber wir leben nur einmal und ich werde es gut versuchen. Es ist ein so, wir leben können mit seinen Händen hoch. Wie geht es los?" Teil 3 – das Christoph. Teil 3, 4.... 2, 5ăm , 3, 9 oder ca.